Hallo, ich bin Martin von meinem Mann Keyes, das ist die DAX-Anlöse für nun Mittwoch den 24.01.2024 und unserem DAX wird schon langsam schwindelig, solange er sich jetzt hier im Kreis um seine Marken drum herum dreht. Wir hatten gestern darüber gesprochen, dass es ihm eigentlich ganz gut stehen würde, ein bisschen abzudrehen. Auch auf Tagesebene hat man geguckt, gerade mit der abnehmenden Dynamik, auch von unten kommt, die immer weniger Bewegung gegeben. Deswegen hat man gesagt, es würde ihm eigentlich ganz gut stehen, wenn er hier jetzt nochmal so eine zweite Welle nach unten drückt. Wir hatten aber auch klar und deutlich gesagt, über 700 hat er eben die Chance auf 37, 67, 800 und so weiter. Wichtig war eben nur, dass er von oben, wie habe ich gesagt, rückwärtig die anderen Niveaus dann verteidigt. Genau das hat er nicht getan. Also er hat von oben keine 37 gehalten, nachdem er bei der 7,60 angeklopft hatte. Er hat auch keine 700 von oben gehalten, sondern ist einfach von oben nach unten durchgefallen. Und das in dem Sinne hat dann eigentlich signalisiert, dass das jetzt hier ein Bauchklatscher wird und hat dann sich auch unter die 6,60 gedrückt, hat das nochmal ein bisschen verteidigt, da kurz darunter, war eigentlich auch sehr prägnant. Und ich würde jetzt fast zum Mittwoch hier das beibehalten und hier auch noch ein bisschen Rücksetzer einkalkulieren. Bei der Art und Weise, wie der Rücksetzer ablaufen kann, muss man jetzt allerdings ein bisschen, vielleicht ein bisschen die Analyse von gestern anpassen. Wir haben ja jetzt den letzten Tag immer mal wieder darüber gesprochen, das ist eine Bewegung, vielleicht macht er noch einen Rücksetzer und stellt sich dann nach oben raus. Jetzt möchte ich aber noch diese andere Variante einfügen, die mir glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es eine Analyse fürs Wochenende war oder wo auch immer, wir schon mal mit drin hatten, dass sich die Bewegungswelle ja dann vielleicht daran orientiert, denn auffällig ist halt, wo wir jetzt gedreht haben, nämlich an der 7,60, nicht an der 800, nicht an der 700, sondern an der 7,60 und das ist hier so ein bisschen in die Richtung, sieht man hier auch jetzt deutlich, ist eben, die Abwärtswelle hier war genauso lang wie die, die Aufwärtswelle ist jetzt genauso lang wie die, das heißt theoretisch, könnte er jetzt hier nochmal eine Abwärtswelle wegtreten, ja, also arbeitet er uns zur, unter der 6,60 weiter, wird sich dem schon ein bisschen Raum auf der Unterseite lassen, definitiv, er hat das Potenzial, erstmal auf die 5,50, dann die 5,90 und dann müsste man bei 4,40 auch nochmal gucken und wenn das knackt, wenn das jede Marke knackt und er vielleicht dieses Mal von unten kommt, dann die Bereiche nach unten auch abwehrt, also das, was hoch zu eben nicht geklappt hat, dass er nachher im Überwinden von der 700 die 700 auch abfängt, wenn es von oben wieder drauf kommt, das müsste er hier halt so machen, das heißt, wenn er jetzt runterfällt, müsste von unten dann auch einen Tief hier bei, was ist das, 6,25, 6,20, müsste von unten kommen, nach unten abgewährt werden, dann müsste ein neues Tagstief folgen, dann könnte er sich hier mal ein bisschen durchhangeln und nochmal versuchen, hier ein bisschen Antrieb zu finden Richtung 2,60 und das ist das Ziel dieser Bewegung, jetzt sind wir wieder im Kreis gedreht bei der alten Marke, die wir hier schon ewig kennen, weil er würde dann auf die 2,60 durchlaufen, man könnte dann vielleicht sogar hier wieder einen neuen Strahl setzen, über das Tief zu dem Tief und wahrscheinlich würde er dann genau da drauf treffen, wartet mal, es wird gleich noch, wenn hier eine Kerze verrutscht, noch eine Kerze verrutscht, jetzt kommen wir langsam dahin, wo wir hinwollen, ja, je nachdem, wann er nämlich da aufschlägt, hier in dem Bereich, ja, wird wo irgendwo dann 2,60, also wenn er sie komplett ausfährt, könnt ihr hier hinten aufschlagen, ist aber nur eine charttechnische Option, ja, muss so nicht kommen, es wäre aber eine Option, ja, oft orientiert sich der Markt tatsächlich dann auch an der ersten, nicht an der dritten, deswegen nehmen wir mal vielleicht das Kästchen hier oben rein und da sehen wir schon, da müsste schon fast ein bisschen sportlicher unterwegs sein. Das wäre das Negativ-Szenario, was ich Ihnen jetzt hier auslesen kann, das positive Szenario wäre, dass wir uns entweder nach diesem kleinen Rücksetze oder noch passender, eben nach einem Rücklauf auf die 550, 500, dann nochmal aufdrehen und eine weitere Aufwärtsbewegung bis in die 16.900 schieben. Ich würde deshalb jederzeit oberhalb von 700, 16.700, den Markt eher nach oben wieder eine Chance einräumen und dann muss er halt, man muss dann darauf achten, ob er von oben halt auch die Bereiche verteidigt, wenn ja, dann kann er locker auch 800 und eben auch die 900 erreichen, egal ob direkt oder mit Burken über die 550, passend wäre für ein bullisches Szenario tatsächlich, wenn er zum Mittwoch vielleicht ein bisschen schwächer reinkommt, hier erstmal nach unten gleitet, ob es jetzt 550 dann genauer wird, vielleicht 5,60, wieder 5,80, das war beim letzten Mal auch nicht ganz die 550 hier, was er getroffen hatte, war das gewesen, doch hier war er durch und dann war es bloß die 6,10, genau, also irgendwie so 5,80, 5,50, Mittwoch früh rein und dann aufdrehen und dann würde ich denken, dass er dann direkt bis Donnerstag, Freitag an der 16.900 kommen kann, ja, wenn das nichts gelingt. Wird so durchgereicht, rechne ich damit, dass er Stück für Stück die Marken abklappert, drückt ihn aber vorzeitig über 700, lassen wir ihm erstmal noch Platz, weil er hat den Spielraum hier oben, er ist dann aus dieser Abwärtstrendlinie raus und ich würde mich dann da nicht gegen, ich würde mich dann da nicht gegen verwehren, dass er dann da eben nicht oben hin soll, ja, also in dem Sinne weiterhin schöne Marken, wir haben eine schöne Range, wir haben attraktive Szenarien hier vor uns liegen, in denen wir schon auch Ziele ableiten können, sowohl auf der bullischen als auch auf der bärischen Seite, ich denke, da sollte für alle was drin sein, setzt eure Stops vernünftig halt, ne, dass euch nicht die ganze Zeit ärgern müsst und dann sollte man das hier wahrscheinlich gut gehandelt kriegen, ja, das sieht zumindest recht brauchbar aus momentan im Bild. Ich würde euch damit dann hier alleine lassen oder zumindestens die Morgenanalyse schließen und, ja, dann sehen wir uns morgen wieder, alle anderen hören uns früh gleich Premium-Dienst und viel Erfolg, gutes Gelingen, bis morgen, tschüss. Gelingen, bis morgen, tschüss. Gelingen, bis morgen, tschüss. Gelingen, bis morgen, tschüss. Gelingen, bis morgen, tschüss.